Hallo liebe Mountainbikerinnen und Mountainbiker, wir sind Thomas und Thomas und wir nehmen euch heute mit auf den Latscher Trailzauber. Wir starten hier bei Markus in Goldrhein in der Pension Obstgarten und werden die Tour für unsere Ansprüche etwas anpassen und so haben wir sogar doppelten Trailzauber. Um auch Spaß in den Steinen gegen Anstiegen zu haben, sind wir heute mit zwei Giant Trance E-Mountainbikes unterwegs und ihr werdet dann sehen, wie viel Freude es bereitet, schnell die steilen Anstiege hochzukommen. Da wir den Latscher Trailzauber von Goldrhein angefangen haben, haben wir natürlich das große Glück hier an Obermontani zweimal vorbeizukommen und am Rautwal geht es jetzt hinunter nach Latsch. Vermieter Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie am Anfang versprochen, Drillzauber mal zwei. Wir sind jetzt auf dem Rückweg zu Obermontani, fahren den Rautwal das zweite Mal und dann geht es zurück zum Ausgangspunkt in die Pension Obstgarten zu Markus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.